Sie muss sich langsam von ihrer Mutter verabschieden. Im Sommer 2017 wurde bekannt gegeben, dass bei Katie Price, Mutter Emi eine idiopathische Lungenfibrose diagnostiziert wurde eine unheilbare Krankheit, bei der das Atemorgan nach und nach vernarbt. Mittlerweile geht es Emi sehr schlecht und sie könnte schon bald sterben, das Reality-TV-Starlit möchte nun noch ein letztes Mal mit ihrer Mama verreisen, wie Sassan berichtet, plant die fünffache Mutter eine Europa-Reise mit der 67-Jährigen. In Spanien wollen die beiden Damen Kates Stiefvater Paul besuchen. Eine Quelle verrät der englischen Zeitung, dass es der 40-Jährigen schmerzhaft bewusst sei, dass es der letzte Urlaub mit ihrer Mutter sein könnte. Katie möchte das Beste aus der Zeit machen, die ihre Mutter noch hat. Es ist eine Art Bucket-List-Trip, so der Insider. Die Reise soll für Katie's TV-Show Mükreze live mit Kamera begleitet werden. Dadurch erhoffe sich das TV-Sternchen wertvolle Erinnerungen ihrer geliebten Manna festhalten zu können, gab die Quelle weiter bekannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017